Wobei manchmal muss man schon überlegen, wie kann man denn das beenden? Meine Kollegen im Laden haben mich gebeten, du musst da mal was gegen machen. Manchmal fehlen mir einfach die Worte. Hallo ihr lieben Heimkino-Gucker und herzlich willkommen bei Kino im Wohnzimmer. Ja, meinen YouTube-Kanal, den gibt es ja jetzt schon eine Weile und ich musste jetzt leider lernen, dass so ein YouTube-Kanal auch negative Seiten hat. Um was es dabei geht, ja wir werden heute ein ernstes Wörtchen miteinander reden, gleich geht's los. Ja ihr Lieben, mein YouTube-Kanal ist jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre alt und ich denke mal gar nicht so unerfolgreich. Und ja, warum habe ich diesen eigentlich gegründet? Ja, zum einen wollte ich natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Klar, wir sind in Stora, wir haben ein Ladengeschäft. Ich lebe auch ein Stück weit von diesem Geschäft hier. Zum anderen hatte ich auch dieses Bedürfnis, der Welt mitzuteilen, wie toll eigentlich Heimkino ist und sein kann. Und ich glaube, viele konnten noch mit dem Begriff Heimkino gar nicht so richtig was anfangen. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich auch mal was tun. Ja, außerdem so Tipps und Tricks, die ich mal so rausgefunden habe, so viele Sachen, die ich im Laufe meiner Berufsjahre mir selbst ausgedacht habe und so weiter. Das wollte ich euch alles so ein bisschen zeigen und so ein bisschen näher bringen. Und ja, und eure Reaktionen sind meist auch extrem positiv. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Gesagt, der Kanal ist in meinen Augen recht erfolgreich und ich möchte damit eigentlich auch so weitermachen. Nun ist es aber so, dass in letzter Zeit es auch teilweise sehr anstrengend wird. Gar nicht mal das Video drehen, das ist natürlich auch anstrengend, aber das macht ja eigentlich auch Spaß. Natürlich während des Berufslebens und ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, wenn man selbstständig ist und sich um tausend Sachen kümmern muss, dann ist es zeitlich oft eng und oft sitze ich auch mal am Sonntag da und muss ein Video drehen. Aber das ist okay. Das mache ich auch gerne und ich mache es auch wirklich auch für euch ein Stück weit. Natürlich auch für mich. Nur ist es aber so, dass ja durch die größere Bekanntheit auch viel mehr aufmerksam werden auf uns als Firma, also die Firma Kino im Wohnzimmer. Und sie bombardieren uns tatsächlich mit E-Mails, mit Anrufen, mit E-Mails. Hauptproblem tatsächlich sind im Moment E-Mails. Ich freue mich wirklich, wenn ihr reagiert und wenn ihr unter YouTube-Videos das runterschreibt, Kommentare und so, und da brechen ja manchmal ganze Diskussionen aus. Finde ich total super und es sollte auch bitte auch so bleiben. Und wenn ihr Anfragen zu uns schickt, ja, macht das bitte auch gerne. Das will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden. Aber da kommen manchmal E-Mails, das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum mir sowas geschrieben wird oder uns. Und meine Kollegen im Laden haben mich gebeten, du musst da mal was gegen machen. Wir kommen ja gar nicht mehr dazu. Die kommen morgens zur Arbeit. Unser E-Mail-Postfach quillt über mit zig E-Mails und wir wollen ja nicht unfreundlich sein. Das wollen wir gar nicht. Wobei manchmal muss man schon überlegen, wie kann man denn das beenden. Und dann antwortet man nett auf diese E-Mail und dann kommt wieder eine E-Mail zurück. Und dann, ihr müsst bitte verstehen, die Jungs im Laden und auch ich, wir haben nicht die Zeit, Brieffreundschaften anzubundeln. Es ist am Ende noch ein Geschäft und wir müssen permanent wirtschaftlich denken. Und wir können nicht den ganzen Tag irgendwelche Diskussionsgruppen aufmachen. Bitte habt dazu Verständnis. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, ich habe so ein paar Sachen rausgesucht. Tatsächlich, hier stimmen die Namen nicht oder die Namen habe ich rausgenommen und auch die Texte ein bisschen geändert. Ich will ja keinem auf den Schlips treten. Dafür ist das hier alles nicht gedacht. Aber nur, dass ihr mal versteht, was ich meine. Ich habe einfach so ein paar Beispiele. Hier zum Beispiel. Wie kann ich meinen 75 Zoll Fernseher an die Wand bringen, dass er mir nicht runterfällt und dass er auch sicher hält? Was erwartet ihr, wenn so eine E-Mail kommt? Was soll ich damit machen? Soll ich mir jetzt eine Anleitung per E-Mail schreiben, wie man einen Fernseher anhängt und dann die Verantwortung dafür übernehmen, ob der auch hält? Ich kenne doch nicht mal seine Wand. Ich kenne doch seinen Fernseher nicht. Wir können auf so eine E-Mail nicht sinnvoll antworten. Ich sehe gerade auf Amazon, der Heisens ist im Angebot. Habe da mal ein paar Fragen. Und so weiter und so weiter. Hört ihr euch zu beim Schreiben? Bei Amazon ist irgendwas im Angebot und ich soll euch die vielen Fragen dazu beantworten? Ganz im Ernst. Ihr seid ernst gemeint? Da kann ich nur sagen, geht doch zu Amazon. Ja, Heisens ist natürlich jetzt ein tolles Beispiel, weil wir es nicht führen, aber es gibt es ja auch mit anderen Sachen, die wir führen. Ihr könnt doch nicht bei Amazon die Sachen kaufen und von uns die Beratung abverlangen, oder? Wollt ihr das wirklich? Pass auf, geht weiter. Geht weiter. Ich habe mir gerade gebraucht, ein Sony VW 520 gekauft. Habe ich für einen sehr guten Preis bekommen. Allerdings ist der nicht gut eingestellt. Ich brauche jetzt von euch mal bitte die Einstellung. Können ihr die mal bitte senden? Die optimalen Einstellungen. Ist schon interessant, was die Leute so fragen, oder? Daraufhin habe ich dann geantwortet, tut mir leid, also natürlich stellen wir alle Geräte optimal ein. Wenn wir sowas rausgeben, ist das natürlich unseren Kunden vorbehalten. Ist ja irgendwie logisch. Daraufhin schrieb der Betreffende zurück, ja, das ist eine Frechheit und ihr seid Sony-Partner und ihr seid verpflichtet, uns diese Einstellungen mitzuteilen. Manchmal fehlen mir einfach die Worte. Wir sind jetzt verpflichtet, weil er sich gebraucht ein Gerät gekauft hat und ihm das vernünftig einzustellen? Also ich verstehe es nicht. Ja, und da gibt es noch viele, viele Sachen. Ich plane gerade mein Heimkino und brauche dringend Beratung. Dann fing er an, alles aufzuschreiben, was er alles geplant hat und welchen Stil und welche Farben er benutzen möchte und so weiter und so weiter. Und da sollen wir jetzt uns hinsetzen und eine halbe Stunde eine E-Mail schreiben. Wie gesagt, es ist nicht böse gemeint und wir helfen noch, wo wir können. Aber ihr dürft nie vergessen, alles, was wir bei uns im Ladengeschäft machen, tun wir, weil es unser Beruf ist und wir alle damit Geld verdienen müssen. Und wenn wir so eine E-Mail, wenn wir wirklich alle diese E-Mails jeden Tag beantworten würden, dann hätten zwei Mann mindestens sechs Stunden am Tag zu tun, diese ganzen E-Mails zu beantworten. Und bitte, bitte habt Verständnis dafür. Ich meine es nicht böse, aber wir können es nicht. Wir sind nicht in der Lage, auf alles vernünftig zu antworten. Und wenn man antwortet, dann kommt sofort wieder eine Gegenfrage und noch eine Frage. Und oft sind es komplette Seiten vollgeschrieben, voll Texten. So gerne ich das auch mag und auch dieses Hobby verstehen kann. Und man sucht ja immer Austausch. Das ist völlig in Ordnung. Dafür gibt es ja die Foren und so. Aber bitte versteht das. Wir müssen damit unser Geld verdienen. Und Geld verdienen ist in unserer Branche so schwer geworden. Vor drei, vier Jahren war das viel, viel einfacher. Ihr kennt ja meine Jammer-Videos, wo ich mal über die ganzen Service-Fälle über die Industrie jammer. Und das ist tatsächlich bis heute nicht viel besser geworden. Es ist immer noch ein Riesenproblem. Ich finde, die Qualität vieler Produkte ist immer noch unter aller Sau, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, damit haben wir genug zu kämpfen. Und wir müssen arg sehen, wie wir überhaupt zurechtkommen. Ja, auch wenn es sich nach Jammern anhört, aber das Geschäft ist schwieriger geworden. Und so gerne ich auch auf jede E-Mail irgendwie antworten möchte, es ist uns nicht möglich. Noch mehr Beispiele. Ich habe gerade, nee, ich habe mir LED-Bänder besorgt. Ja, ihr kennt ja meine Videos. Ich mache ja gerne mal Videos so über LED-Zeug. Ich habe mir gerade LED-Bänder besorgt und ich brauche jetzt das passende Netzteil dazu. Und wie schließe ich das am richtigsten an und wie kann ich das steuern? Nein, leider habe ich keine Daten von diesen LED-Bändern. Schon wieder? Ehrlich? Er will von mir eine Beratung, weil er woanders was besorgt hat und er kann mir noch nicht mal sagen, was das für Bänder sind. Also ich hätte ihm ja noch einen Tipp gegeben, wenn er mir wenigstens gesagt hat, was soll das? Und das ist, das sind Beispiele, also das ist so in zwei Tagen, ich habe nur in den letzten beiden Tagen mal reingeguckt. So eine E-Mails haben wir zigfach, massig. Ich könnte da, glaube ich, einen halben Tag weiterdrehen. Einerseits klingt ja teilweise die Sachen ganz lustig, aber ja. Oder es gibt auch andere Beispiele, die für uns auch nicht besonders positiv sind. Da fragt jemand nachts bei Lautsprechern. Er hat sich 40 Minuten lang am Telefon beraten lassen dazu, hat uns aber erzählt, er hat sich schon fünf Angebote machen lassen. Das hat natürlich erst nach den 40 Minuten erzählt, dass er schon fünf Angebote hat. Und er würde auch gerne bei uns kaufen, weil wir ja so einen tollen YouTube-Kanal haben. Aber es gibt ja welche, da ist es preiswert da gerade im Internet. Und was verlangt er? Eine 40-minütige Beratung, die natürlich nichts kostet. Und dann hat er sich aber schon mit beschäftigt und hat versucht, den billigsten Preis bei Idealo und Co. zu finden. Und will uns jetzt unter Druck setzen, wir müssen viel Geld verdienen. Und diese 40 Minuten, die kriegen wir eh nicht bezahlt. Also wäre doch schon schön, wenn er am Ende wenigstens noch das Produkt bei uns kauft, oder? Jammer ich zu viel schon wieder? Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ich schon wieder zu viel am Jammern bin. Aber ich musste mir da einfach mal Luft machen. Ich muss es euch einfach mal sagen, dass es so nicht weitergehen kann. Ich kann keinen ein, zwei Mitarbeiter abstellen, die einen halben Tag E-Mails beantworten. Wer soll das finanzieren? Bitte habt Verständnis dafür. Ich liebe die Community. Ich liebe das, wenn ihr unter die YouTube-Videos schreibt. Und wir beantworten auch unheimlich viele Fragen. Und unser Kanal bringt uns auch ganz viel Traffic auf unserer Website. Und die Leute kaufen auch im Shop. Das ist alles gut. Aber das brauchen wir auch. Ich mache ja diese Videos nicht in meiner, ich mache sie schon in meiner Freizeit teilweise. Aber ich mache sie nicht als Hobby. Am Ende steht ein wirtschaftliches Unternehmen dahinter, was Geld verdienen muss. Und auch nur, wenn das alles hier funktioniert. Und wenn wir das alles aufwärts halten können. Und auch dann kann ich mir nur YouTube-Videos leisten, weil die kosten auch Geld in der Herstellung. Und auch so ein YouTube-Raum kostet Geld und, 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 und. Aber ich habe ja immer noch Bock. Ich möchte immer noch weitermachen. Ich möchte euch immer noch mit Videos versorgen. Und immer noch neue Tipps und Tricks geben. Aber ich habe mir überlegt, ich werde tatsächlich ein bisschen meine Tätigkeit auf YouTube ein bisschen einschränken. Das ist einfach ein bisschen weniger. Und in der Hoffnung, dass dann weniger solche E-Mails kommen. Und sagt nicht, löscht die doch einfach. Ihr wisst genau heutzutage, was passiert, wenn ich auf so Sachen gar nicht mehr reagiere. Ja, dann kriegt ihr wieder super Google-Bewertungen. Ja, die melden sich ja gar nicht. Ich habe denen vor einer Stunde eine E-Mail geschrieben. Es ist bis jetzt noch keine Antwort da. Übertrieben. Ja, da muss ich jetzt nochmal eine Sterne-Bewertung abgeben. Das ist eine Frechheit. Ja, es passiert leider auch. Gut, die neue Internetwelt, die kann ich nicht ändern. Aber vielleicht sieht ja der eine oder andere dieses Video und überlegt sich nochmal ganz kurz, wie ihr mit uns umgeht. Schreibt uns gerne eure Fragen. Erwartet aber bitte auch nur ganz kurze Antworten. und erwartet vor allen Dingen keine umfangreichen Planungen kostenlos per E-Mail, dass wir euch eine komplette Beratung schon im E-Mail-Verkehr machen. Das können wir leider nicht leisten. Wenn ihr eine Planung braucht, macht einen Termin mit uns. Dann müsst ihr vielleicht ein paar Euro dafür bezahlen. Es ist ja unsere Arbeitszeit. Wir können leider nicht, auch auf dem Telefon ist genau das Gleiche, wir können leider nicht irgendwie anderthalb Stunden mit euch telefonieren und fachsimpeln, wie toll es bei euch ist zu Hause und mit eurer Technik. Hab bitte Verständnis dafür. So, jetzt ist wieder genug gejammert für heute. Aber ihr kennt mich ja, ab und zu muss ich mal so ein Jammer-Video bringen. Und ich hoffe, es wird ein bisschen besser in nächster Zeit. Und dann, ja, vielleicht komme ich auch wieder ein bisschen dazu. Mein Hausbau geht übrigens weiter. Da geht es auch bald wieder mit Videos los und dann geht es an den Innenausbau und dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Genug für heute. Habt noch ein schönes Restwochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Olaf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017